ja hallo freunde es ist wieder soweit kassel trader zeit und heute machen wir mal ein spontan video nicht wirklich spontan aber ohne folien das muss auch mal gehen und zwar ja welchen trade könnte ich denn mal so machen da sitzt du da so was handelt sich denn heute ich meine gut ich habe jetzt relativ gesehen den plan wann ich wo wie was mache aber es gibt ja auch noch mal so einzelfälle wo du sagst aber eigentlich könnte ich noch irgendwas handeln aber soll ja irgendwie aus sinn und verstand machen da gibt es ein tolles tool in option strats selber ich weiß nicht ob ihr das kennt ich kenne es aber ich habe es auch gar nicht wirklich genutzt bis zuletzt gut ich mache jetzt halt viel statische sachen aber jetzt gucke ich da auch immer mal rein da dachte ich mir komm her da kann man mal schnell ein video zu machen ja und haben wir keine folgen einfach mal ein screenshot gemacht so sieht das ding aus keine ahnung ob es schon mal einer von euch gesehen hat wenn ihr dann kennt das jetzt ja eine werbung müssen wir jetzt wieder nichts groß erzählen trade scanner gibt es noch keine 20 prozent kommt wieder o4w kennt da alle alles unten drinnen zoomstunden ja nur die ganzen strategien ich werde auch immer wieder gefragt ja wann machst du denn strangle webinar wieder ich vor herbst nicht also ihr könnt es wie gesagt noch immer wie ihr wollt für 130 euro auch als videoaufzeichnung mit den folien zum schnapperpreis ja wo ich sichern schreibt mir einfach eine e mail mit adresse direkt am besten mit einer gmail-adresse ihr werdet dann zu google drive weitergeleitet nach der nach zahlungseingang und dann könnt euch das ganze die ganzen sachen runterladen ihr könnt es auch in den privaten trainings machen ich habe jetzt auch anfragen für gruppen und sowas gekriegt mache ich auch dann macht man da irgendwie nur drei machen mit zwei zahlen alles kein problem amor pro kost läuft weiterhin wie geschnitten brot recht guter andrang da und läuft alles super und muss jetzt nichts weiter zu erzählen ich würde mal sagen wir fangen direkt an weil hier nach kommt eigentlich quasi nur noch die schlussfolie so dass dagegen gehen wir mal auf meinen normalen bildschirm jetzt habe ich das ist egal auf dem 43 zoller ist das echt klein ihr habt dann meine seite market in out also market in out.com da könnt ihr euch ich gucke da eigentlich gar nicht wirklich rein gibt es lustige sachen nur für uns für das trading hier volatilitäten was weiß ich price action strategie backtest für aktien trades sell in mail go away strategie gold rush friday turn around tuesday könnt ihr euch alles hier oben hier reinziehen mache ich jetzt nicht unbedingt ich gucke zum beispiel mal kurz auf die advanced decline line da gucke ich mir mal den markt an und dann sehe ich das schon auf den ersten blick der s&p und wir gehen hoch nvidia eigentlich der markt ist ja nvidia es gibt ja nichts anderes mehr nvidia ist die börse mittlerweile noch der markt mit ki und ai und tralala da sehen wir markt steigt advanced decline land fällt was ist jetzt waren sie klein dann zeigt euch auf deutsch gesagt in einem satz an ob mehr mehr aktien steigen oder fallen so wenn wir sehen dass hier der markt steigt die kurve runter geht oder oder der graf runter geht dann heißt es fallen mehr aktien im s&p und erst recht im nestek zum beispiel hier nestek ein allzeithoch nach dem nächsten 20k mark haben wir ja jetzt auch schon gerissen es geht nur noch es fällt eigentlich alles eher oder läuft seitwärts mal steigt drei tage wieder was aber insgesamt sehen wir schon der breite markt fällt der index geht hoch oder steigt s&p nestek habt ihr hier noch alles mögliche russell 1000 ja hier industrial da und so weiter und so fort hier was für 2000 das heißt vielleicht mal obacht so jetzt kommt noch eins dazu wir haben heute freitag 21.06 großes datum für optionscenter was ist heute keine ahnung großer verfall heute haben wir großen verfall da kann es wieder mal ruppig werden was macht da wix passiert noch nichts noch keine daten haben 9 uhr 19 in zypern 8 uhr 19 in deutschland österreich schweiz und so weiter da ist nix so jetzt gehe ich davon aus könnte ja irgendwie in nächster zeit nächsten wochen monaten es muss ja mal irgendwann auch mal vielleicht korrigieren dann gucke ich vielleicht mal nach sag mal neutral slightly also wenig ein bisschen bärischen ausrichtung vielleicht nicht andauernd nur long 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 wir haben ja immer mal ne wir machen wir haben ja mal gesagt im video machen wir machen uns ein trading plan viel neutral steigen ein bisschen länger laufende steigen kurzfristige steigen was ich hier zero two hours von mir der zzth zero dte trade die long leaps ganz viel strangles und schrägstrich condore im trend war es eine future option nach cot oder vielleicht auch nicht one one two see the 112 letter systeme put letter systeme und so weiter vielleicht auch mal man kann ja mal gucken wenn man natürlich brauchen signal wir brauchen irgendeinen trigger der nach unten geht das heißt okay wir korrigieren jetzt vielleicht mal und wie gesagt großer verfall danach entscheidet sich auch viel was ist denn am großen verfall zum beispiel ja qqq den wollte ich haben eine etf auf dem nestek es geht hoch 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 ganz viel läuft oder das meiste oder extrem viel läuft heutzutage über ein optionsmarkt das heißt irgendeiner geht hin Nvidia bam 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 call by call by call also calls kaufen ab auf einer bestimmten schwelle was passiert wenn der kurs nach oben geht der market maker in dem fall der verkäufer muss sich hedgen sogenanntes delta hedging also der markt steigt kommt näher an die an die an den strike ran wo du oder ihr jetzt vielleicht oder ich mal einen billigen call irgendwann gekauft haben jetzt ist heute großer verfall der läuft heute abend aus markt wird als hoch gedrückt vieles wie gesagt läuft über über call käufe market maker muss verkaufen einer muss ja verkaufen wenn einer kauft kurs geht hoch an die strike marken was muss der market maker machen er muss physisch hedgen delta hedging nehmen wir jetzt heute nicht durch wie das jetzt wieder genau funktioniert das heißt er geht physisch lang was passiert dann am verfallstag alle optionen auf null gesetzt der market maker hat aber physisch die aktien jetzt kommt natürlich darauf an es kommen wieder folgekontrakte drücken die den markt auch behält die aktien oder stößt die ab und haben eine verkaufswelle oder zumindest mal eine korrektur vielleicht mal so fünf prozent runter wäre vielleicht gar nicht so verkehrt davon gehen wir jetzt mal einfach aus wir brauchen ja mal irgendwie ein szenario jeder hat natürlich einen anderen grund warum er irgendwie irgendwas handeln will so jetzt sehen wir uns hier mal den qqq zungenbrecher für mich jedes mal triple q ist wahrscheinlich einfacher bamm 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 hoch wochenchart tageschart so was könnte man dann jetzt hier machen ein bisschen zusammenschieben ich wollte meinen monitor würde das mal ein bisschen größer machen eigentlich mal sagen mal das muss ich noch mal selber gucken hier haben wir eine unterstützung bei 4 50 ungefähr hier haben wir bei 4 das ist jetzt weekly das ist natürlich ein bisschen aussagekräftiger als hier drüben der tageschart jetzt sagen wir mal keine ahnung nehmen wir hier den kasten weg seitwärts range ich sage mal bevor wir überlegen sollen aber wir machen das jetzt trotzdem mal ganz spontan funktioniert auch oder mehr oder weniger spontan aber ich habe noch etwas anderes gesehen ich wollte eigentlich hier unten was machen aber jetzt sehe ich zum beispiel hier auf dem weekly auf dem daily chart habe ich ja eine schöne so eine kleine ja so eine kleine range da würde ich jetzt behaupten weil wir wollen ja jetzt auch nicht auf zehn wochen handeln das macht ja auch wieder da könnte man natürlich auch machen machen wir einfach mal beides also wir sagen jetzt erst mal im nächsten ach keine ahnung 30 bis 50 tagen dann müssen wir gleich gucken optionsrad 40 45 dte irgendwie sowas in dem dreh sagen wir es könnte hier rein korrigieren das können natürlich auch hier unten rein korrigieren wir nehmen jetzt mal hier irgendwie den bereich so 450 ja 450 hier so 460 hier oben da wird einmal hier andotzen und dann wird es sich irgendwo hier fangen 460er bereich so jetzt haben wir natürlich nur aufwärts rennen jetzt sehen wir hier schon 20 juni war gestern haben wir ein abwärts also keine ahnung wird jetzt noch keine umkehr kerze in dem sinn ist es jetzt noch nicht hier weil es wieder hochgekauft worden abends sagen wir jetzt einfach mal wir kriegen jetzt ein 1 2 3 nach marktechnik und das ist dann für uns der trigger mal ich jetzt natürlich nur ganz plakative rein es geht runter heute noch mal dann geht es hoch der feiler noch so groß hier so jetzt haben wir hier ja ein trendbruch nach marktechnik punkt 1 2 3 1 2.3 punkt 2 hier gebrochen trendbruch bestätigt der abwärtstrend wenn es noch mal hoch geht und noch mal ein stück runter jetzt sagen wir einfach wir wären dann jetzt das würde jetzt hier ja gut wir wollen ja jetzt so machen als wenn wir heute jetzt ein trade machen ist natürlich jetzt doof wir könnten jetzt auch noch ein stellt euch einfach vor wir sind jetzt hier heute das ist jetzt schon passiert weil ich weiß nicht wie sonst darstellen soll ihr könnt auch irgendeinen anderen irgendeinen anderen grund nehmen meinetwegen ist das jetzt hier auch eine umkehr kerze und ich sage so warum ich jetzt da rein haben wir hier noch irgendwas hier geht es hoch immer cd ist auch noch nicht natürlich niedrigen ivr schöner wäre es wenn ein bisschen hochgehen würde wir haben wir haben wir haben ja ein etf da haben wir kein signal aus dem cot ich habe jetzt einfach mal die die voreinstellung von meinen rohstoffen hier gelassen wo ich reingucke wir sagen jetzt mal es geht jetzt runter wir haben jetzt halt ein trigger gefunden wir haben eine rote kerze wir haben großen verfall wir wissen nvidia retteten planeten und ja heute abend verfallen die option weil nvidia und alles ki und apple und trallala nach oben gekauft wurde wir müssen jetzt mal irgendwie korrektur kriegen vielleicht weil der market mecker schmeißt seine gekauften kreuz die die kohl käufer natürlich dann gekauft haben in dem moment schmeißt er auf markt und meistens am großen verfall so montag dienstag zeichnet sich langsam ab wohin erst mal wieder die reise gehen könnte kann natürlich auch weiter nach oben gehen wir gehen jetzt davon aus ich sage jetzt mal nö ich habe jetzt ein signal es geht runter das kann ja auch für vier stundencharts von mir sein oder auf dem stundenchart bapp 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 ok abwärts trend jetzt kümmer ich mich drum nachher um keine ahnung 18 uhr sei es wird tricky und ich will da jetzt rein es geht ja jetzt nicht darum hier irgendwelche setups groß zu finden aber ich muss ja plakativ machen jetzt gehen wir in options draht wir haben das jetzt mal soweit geklärt qqq korrektur sollst du selber gucken normal ist ja dann hier so fängt euer options draht ja an mein account ich habe keinen premium mehr weil ich nutze nur noch option net explorer ist aber trotzdem mega tool aber ich brauche ja auch keine zwei ich muss das geld jetzt auch nicht raus schmeißen dann geht ihr jetzt hier mal auf nicht auf bild und dann hier irgendwann mal gucken was wir hier machen und auch nicht auf flow sondern geht mal auf optimize dann bekommt ihr nämlich das bild was ihr eben auf dem startbildschirm gesehen habt so und jetzt machen wir mal was machen wir dann zuerst jetzt könnte zum beispiel einstellen und targetpreis so was haben wir dann gesagt wenn targetpreis wir sind bei 480 und wir sagen mal hier der targetpreis fängt bei 459 hier 460 oder was mal an dass wir jetzt mal eine gerade zahl haben dann geben wir hier rein da tragen wir einen targetpreis wir gehen davon aus der kurs geht auf 460 drücke ich einmal enter dann seht ihr hier unten schon passiert schon irgendwas so jetzt haben wir irgendein budget zur verfügung was wir ins minus gehen können das tippen wir jetzt da ein und dann versucht der optionstrategien für uns herauszufinden debit strategien und credit strategien die zumindest nicht über das budget gehen so wir sagen jetzt hier dann auch noch was für eine laufzeit keine ahnung hier september meinet mei meinet wegen aber wir bleiben jetzt mal beim august was sind das so was haben wir jetzt 21 sind zehn tage der juni noch juli 30 40 er weiß ich nicht 45 tage oder warten das jetzt jetzt weiter nur irgendwie so grob wie mal daumen oder 41 42 tage und dann könnt ihr noch sagen ich möchte eher strategien haben die einen maximalen return haben also der return nach oben geht das wäre dann ja wahrscheinlich so was die butterflies oder ich möchte eine größere chance haben also nicht so viel kohle dafür eine höhere chance oder halt viel weniger geld und eine höhere chance oder viel geld und niedrigere chance ich sage jetzt einfach mal keine ahnung ich habe 500 dollar ich habe ein 50k konto 500 kann ich verballern doof gesagt hätten also 500 darf ich verlieren macht ein prozent regel der wird mir jetzt aber keine trades raussuchen die alle genau 500 dollar verbraten aber die die in dem budgetrahmen liegen so muss man sehen so gucken wir mal jetzt machen wir enter jo was haben wir dann jetzt jetzt haben einen long put ne wollen wir nicht nach geld ausgeben machen nur 24 prozent return on risk hier ist das risiko wie gesagt das wird jetzt auch nicht wahrscheinlich überein ganz genau übereinstimmen weil wir haben jetzt heute schon wieder vorwürstlich sind wir im plus gestern aber im minus deswegen wenn die zahlen jetzt nicht alle tausendprozentig passen ich hatte aber auch keine lust extra bis 15 uhr 30 nach deutscher zeit zu warten weil ich um 18 uhr auf dem geburtstag muss und uns schon 17 uhr 30 an der markt auf macht long put sagen wir mal nee ist nix bear put spread ja ich muss halt einen long put kaufen und einen short put dahinter verkaufen wollen wir auch nicht ist ja schon wieder schon wieder der bitte sagen wir wollen credit spread haben was bleibt dann übrig machen wir bear call so dann zeigt er uns an 428 dollar ist unser maximales risiko ja der sucht jetzt die laufzeiten und alles gleich rein raus seht ihr schon sehr 473 bei 484 ne bam short long oben drüber call 672 dollar profit macht er machen 157 prozent return on risk 428 dollar risiko sind 100 prozent dann unter 157 prozent sind x 428 mal 157 durch 100 müsste machen 672 ne ich bin so ein so ein noch mit dreisatz aufgewachsen in der schule vielleicht ist es auch zu kompliziert aber funktioniert für mich ja hab da also ganz guten chance risiko verhältnis so dann haust du hier auf dem open builder also target preis 460 warum 460 weil wir gesagt haben wir gehen davon aus aus welchem trigger jetzt auch immer 1 2 3 nach markt technik das ist jetzt auf dem stundenchart macht es auf dem tageschart macht es auf dem stundenchart oder was weiß ich oder das wäre jetzt hier eine umkehr kerze da müsst ihr ja weiter runter gehen hier oben müsste der dort sein ich glaube so war es irgendwie so was halt ne ivr von mir ist auch noch nach oben es geht ja jetzt nur darum um dieses tool hier zu zeigen so dann habt ihr das hier target preis budget habt ihr auch festgelegt laufzeit 2. august irgendwas jetzt hier ein für 42 43 da muss das jetzt sein anders kann es eigentlich auch nicht sein open builder dann geht hier oben das nächste fenster auf also das könnt ihr jetzt hier nicht sehen kriegt eine neue neuen reiter macht euch auf und dann habt ihr das gerät hier stehen und dann habt ihr alles was er braucht nur fällt der markt nach unten in eure zielzonen hier quasi rein hier 4 40 50 60 es ist genau der bereich wo ihr ja rein wolltet weil er da hängen bleiben soll wenn er weiter nach unten geht ist ja völlig wurscht weil beim bergholzprojekt kann das ding fallen wohin er will geht es natürlich jetzt nach oben ist natürlich doof ne hier stimme aktuell das heißt wir müssen dann jetzt auch einen rücksetzer haben jetzt könnte das natürlich hier 2. august 43 tagen ne habe ich ja einigermaßen richtig gelegen könnte das jetzt natürlich auch noch verändern ihr habt 500 dollar budget kannst natürlich hier in alle richtungen noch gehen machen tun und ne aber hier dann hier das mehr mehr prämie gibt dann sagt er jetzt hier 503 dann habt das ja ungefähr max los mehr ist das nicht finde ich total cool so jetzt könnte man natürlich auch noch hingehen und sagen so da wollten wir nicht hin meine eltern kommen muss ein hotel suchen wir gehen wieder hier hin und sagen was können wir denn noch machen wir sagen immer noch 460 machen wir mal hier 20 tage ne wir sind bärisch eingestellt können natürlich jetzt hier oben auch noch alles verändern hier zack habt dann condor machen wir kurz hier bärisch wo war ich ja mal hier 30 september das sind jetzt wahrscheinlich schon auch keine ahnung 120 100 tage oder was das hier lassen wir einfach mal auf neutral das könnte natürlich alles verändern dann seht ihr schon unten verändern sich die sachen auch da müsst ihr mit rum spielen ach so jetzt muss man wieder den targetpreis eintippen 460 so jetzt macht er wieder berghol das hatten wir schon wir wollten berghol hatten wir debit put broken wing natürlich mal was ganz heißes 300 prozent return oder 306 prozent return on risk nur 364 profit 1000 ein risiko und 1114 dollar max profit so wenn ich hier in der spitze lande mache ich oft mal aber lieber mit put broken wings als mit call broken wings na ihr wisst so ein bisschen skew kurve put gibt mehr geld als auf der call seite nichtsdestotrotz kann man auch mal machen hier ne geht man da mal drauf ist natürlich 20.000 dollar verlust euro verlustbegrenzungs mäßig völlig banane das könnt ihr in deutschland vergessen weil das ding wird wahrscheinlich schon ein viertel von eurem wenn ich mir so angucke hier warte mal ja 24 dollar also 2000 sagen wir zweieinhalb tausend euro long kosten das ist der in the money hier long put long call was haben wir gesagt zweieinhalb nochmal viertel sechseinhalb tausend von 20.000 weg kannst du natürlich vergessen aber es gibt ja auch genug menschen die keinen die das halt nicht haben ich habe ja auch das große glück dass ich auf zypern das nicht habe sondern sage ich mir pass mal auf ich kann 1172 das ist auch eine strategie ohne ahnung von mir wo mir gerade mal das mal einfällt kann man ja machen wir gehen ja davon aus der rammelt uns hier unten rein im besten fall ja er kann aber auch hierhin gehen wir können es natürlich auch so aufsetzen dass ein bisschen steigen kann wir machen jetzt einfach mal nein es geht runter das große verfall in wieder wurde hochgekauft wenn man das jetzt irgendwie mal grundfinder in die über die hochgekauft wurde es übrigens auch über extreme käufe der market heute abend verfallen die optionen also alle die heute die laufzeit mit 21 6 haben der market maker sagt ich brauche doch jetzt die ganzen physischen käufe nicht mehr weil der muss ja absichern die markt geht hoch die market maker die die calls den käufern verkauft haben müssen sich absichern weil die short calls von denen kommen ja unter druck also was weiß ich die sind auf delta 30 dann müssen die quasi 30 aktien long kaufen und somit wird der markt ja über optionen immer weiter gepusht können auch mal video darüber machen wenn euch das interessiert wie sich market maker abpatchen gut weiß ich jetzt auch nicht ganz genau im detail aber grob sollte man das schon alles wissen wenn man am optionsmarkt mitspielen will oder spielt ja und dann sagen die es passiert ja nichts mehr ich haue die dinge aber da raus wie gesagt es gibt noch andere verfallzeiten da weiß ich natürlich dann am ende auch nicht das wird sich heute abend beweisen das war auch der grund warum das immer so zackig hin und her läuft da wird jetzt gefaltet der eine die hauen mit futures dagegen damit die kurse unten bleiben und nicht hochgehen dann drücken andere wieder mit mit irgendwelchen käufen dagegen und der bamm 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 ballert oft hin und her an großen verfall also hexen hexensaber da ist das ja im volks mund jetzt weiß ich auch nicht mehr wo ich hin wollte so dann gehe ich davon aus wir gehen runter und wir werden uns hier fangen und hier soll im besten fall meine option auslaufen natürlich nicht heute sondern so die nächsten wochen was habe ich jetzt überhaupt genommen was haben wir denn hier ja gut 102 tage das sind jetzt drei monate ist jetzt auch ein bisschen ein bisschen weit man könnte da jetzt auch ein bisschen hier runter gehen dann ändern sich natürlich die kurven weil er ja eigentlich wir sagen jetzt mal hier keine ahnung 7 50 ist auch noch so oder 43 jetzt ändern sich natürlich hier die ganzen daten wir hatten ja eben den 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 hier hatten wir noch wir wollen ja max lost 306 und wir haben ja gesagt ja mir gesagt maximal 500 er nimmt jetzt keine strategie die genau 500 verbraucht oder risiko bringt sondern er bleibt in dem rahmen zwischen 0 und 500 sage ich mal 306 jetzt könnt ihr euch das natürlich noch so anpassen dass ihr auf eure 500 kommt der hintergedanke ist hier ist ja der markt 471 hier war er hier ist der markt und wir sagen es geht jetzt runter das ist jetzt auch nur expiration wir stehen ja so das heißt jetzt hier am start sind wir ja auf null das wird ja hier neben der maus am expiration date man verstehen werden natürlich im minus hätte man den vollen verlust von 306 dollar eingefahren wir machen jetzt mal einen auf diesen hier so sieht es ja erstmal aus das ding läuft jetzt hier ein paar tage gut jetzt 49 ohne hier ein drittel der laufzeit ungefähr waren 30 tage und jetzt rammeln wir runter bam 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 was haben wir jetzt ja immer noch die 102 tage ist auch egal wir können es ja umstellen machen tun aber wir sagen jetzt einfach mal in den nächsten paar wochen soll es in den 4 60er bereich gehen dann haben wir wie viel ist denn das überhaupt viereinhalb prozent korrektur siehst du ich habe ja gesagt fünf prozent mal gesunde korrektur wäre ja mal nicht schlecht dann haben wir natürlich unseren maximalen profit eingefahren und das ist zum beispiel eine strategie von 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 putt schrägstich call broken wing butterflies gibt es mehr mehr also ganz viele verschiedene strategie ich habe zum beispiel eine ich versuche meine zelt spitze in so eine zone zu quetschen dann geht es runter ich lege den natürlich dann auch noch so an dass ich ein bisschen steigen kann dass ich nicht sofort im minus bin jetzt haben wir natürlich in dem fall ja mal gesagt wir müssen ja sofort fallen das ist immer wenn er jetzt steigt der markt hier zwei prozent sind wir sofort im minus wobei das ja alles pille palle beträge sind das kann ja erstmal hier hingehen und dann geht's zurück ist ja auch kein problem müssen wir uns natürlich ein stop loss irgendwie haben oder wir sagen wir riskieren halten wir haben ein prozent sind 500 jetzt haben wir 300 max loss egal lassen wir auslaufen volles rohr hop oder top entweder wir landen hier und kassieren 1000 in dem fall jetzt hier nur noch 460 weil ist ja schon gelaufen ach quatsch 460 aktuell hier müssen wir ja hin 1.8 nicht 460 ist der kurs 1164 na und oder wir sagen ja ist jetzt halt schon ein bisschen gelaufen und er läuft trotzdem hier rein aber die zeit ist halt noch nicht rum und jetzt haben wir angst dass er wieder zurückläuft oder er läuft weiter ja dann kriegt man natürlich ja auch noch eine ecke hier 650 oder wir nehmen hier dann kriegt man die initialprämie natürlich nur wenn wir ganz nach unten fliegen aber jetzt sagen wir auch hier ist ok wenn jetzt wieder dreht weil korrektur beendet wieder long weil wieder alle auf nvidia oder ne wasser Broadcom oder ich weiß gar nicht was da noch alles hochgehypt wird momentan wir nehmen die 240 mit und das ausschögen das ist ja dann mal völlig egal egal aber unsere intention ist es geht hier rein das ist dann auch wieder so eine strategie so die man jetzt auch weg sind wir wieder beim elysium da gucke ich mich gerade ob wir das hotel mal nehmen hier falls einer aus zypern mitguckt ne sagt mir mal ein gutes 5 sterne hotel für mama und papa wäre ich euch auch sehr verbunden wenn ihr da eins kennt ein schönes ähm das können wir dann nochmal wir können auch sagen ach vielleicht ist es neutral es geht hoch oder es geht hier hin aber vielleicht macht ihr auch hier bewusen sie sind hier kannst du natürlich auch noch auf neutral zimmern so was haben wir jetzt äh targetpreis 481 ja gut da sind wir jetzt wo wir stehen ja gut wir sagen jetzt einfach nee das hier ist alles hinfällig das ist hinfällig das ist auch hinfällig wir machen einfach gar nichts es passiert nichts es eiert einfach stückchen hoch stückchen runter vielleicht auch einfach weiter hoch aber ganz langsam ich bin neutral ne ich sowieso ich mache dann hier ich bleibe da 500 budget ich mache aber jetzt nicht so lange sondern ich mache hier dann seht ihr schon wie sich das hier alles ändert ich sage mal 16. august äh 488 dollar risiko könnte ich dann jetzt auch voll auslaufen lassen theoretisch weil ich habe ja 500 gesetzt werde ich wahrscheinlich nicht machen weil ich das dann irgendwie doch anders handle am ende ne ich suche mir dann eine feste strategie ist es ist ja jetzt auch diskretionär ein bisschen hier die ganze sache ist ja keine kein income trading mit irgendeinem selben ne aber für trade ideen halt so und dann haust du hier drauf und dann guckst du bop 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 460 500 okay wir bleiben in unserer preis range irgendwo drin hier ne zack zack aber wir können auch auf 465 bis ja hier unten 495 fallen ja dann kommen ja das sind ja die break even punkte dann habt ihr dann wunderschönen net credit 1000 dollar und max loss von fünf ja knapp 500 dollar ne absolut super geschichte so ihr könnt drei prozent hier knapp 2,8 fall steigen oder dreieinhalb prozent fallen im qqq dann gehst du nochmal hin dann guckst du das an von hier zweieinhalb hoch also nochmal bis hier hin bis da oder 3,5 korrektur ja da bist du hier auch schon wieder an so einem kleinen widerstand so hier ungefähr hier sind ja diese paar kerzchen vielleicht reicht das dann hast du hier auch wieder eine spanne machst du da ein condor rein ich habe jetzt natürlich nicht geguckt hier weil deltas keine ahnung hier was das für ein delta 32 das ist natürlich schon ein bisschen risky aber 22 nach unten ist okay du hast ja auch nur 478 das hast du ja vorher gesagt nur dass mein max loss du kannst den dann theoretisch auch hier wirklich durch rennen lassen ne und wenn er dann hier irgendwo bleibt ja dann hast du hier 962 wenn er in deiner range hier bleibt hier oben wo du gehofft hast hast du den tausender gemacht chance of profit kann ich nicht sagen habe ich jetzt nicht angezeigt müssen wir jetzt komplett erwartungswert berechnung irgendwie machen um 100.000 excel tabellen ja leute ne so einfach kann das ganze alles ausschauen wird auch sein das könnt ihr natürlich dann auch auf alles machen hier wäre ich bullisch bull call spread bull put spread nur bullisch ne geht da ein bisschen defensiver ran und so weiter und so fort mein bereich ist immer hier eher das und ein bisschen bärisch und ein bisschen bullisch ganz stark bullisch und bärisch mache ich selten ähm ja ne wie gesagt hier oben optimise und somit sind wir jetzt auch durch und wie auch immer haben wir schon wieder eine halbe stunde gemacht ich hoffe aber es hat euch gefallen ich finde das ding echt gut weil manche versteht sich auch da und ihr könnt ja auch futures machen damit ne habt ihr vielleicht irgendwie COD signal COD index ist long COD index ist irgendwie so long wie seit einem halben jahr nicht mehr äh und dann habt ihr noch irgendwelche divergenzen drin und noch irgendwelche muster da gibt es ja auch schon ein paar coole set ups und dann guckst du da was du da machen kannst Ziel also target eintippen irgendeine Zahl eigentlich irgendeine also die du halt festgelegt hast oder halt neutral du weißt es nicht Budget rein boom was könnte ich denn machen da brauchst du nicht acht tage in der option chain da rum suchen wenn ihr nicht wisst was ihr machen sollt dann meldet ihr euch bei mir dann zeige ich euch was ihr machen könnt aber ich bin wie gesagt eher der Income trailer ich mache natürlich auch diskretionär aber nicht so viel äh 95% einfach zack regel runter reißen das 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 und das war es und dann gehe ich am Strand so Freunde ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende nicht so heftigen Verfallstag heute Hexensabbat ich bin nämlich auf dem Geburtstag da sitze ich wieder mit dem Handy muss wieder irgendwas irgendwelche Strangles im Minus zu machen habe ich da gar keine Lust drauf ich hoffe mal es geht einigermaßen glatt jo wir sehen uns zum nächsten Video na wie gesagt schönes Wochenende bisschen mehr Sonne nach Deutschland aber ich glaube es wird bei euch jetzt auch wärmer bis bald ciao ciao und bis bald bis bald bis bald Vielen Dank.